Stau im Berufsverkehr, ständig wechselnde Benzinpreise und erst recht diese ewige Parkplatzsuche. Das nervt, oder? Also Schluss damit. Mobil zu sein geht auch ohne Auto. Echt jetzt. In und um Jena. Mit dem Jena-Nahverkehr. Für Spontane gibt's Einzelfahrten und Tageskarten. Wenn das Wetter also mal gar nicht passt, dann bleiben Laufschuhe oder Fahrrad einfach zu Hause und es geht mit Bus oder Straßenbahn entspannt, trocken und sicher ans Ziel. Das geht natürlich auch als Gruppe mit bis zu fünf Personen oder für zwei Erwachsene mit beliebig vielen eigenen Kindern oder Enkelkindern bis 14 Jahre. Wer den Nahverkehr häufiger nutzt, fährt am besten mit Wochen- oder Monatskarten und spart dabei viel Geld. Die Monatskarten gibt's auch als Abo und je nach Wunsch als persönliches oder übertragbares Ticket. Das Abo-Solo gilt immer nur für eine Person. Mit dem Abo Plus können montags bis freitags ab 18 Uhr und das gesamte Wochenende lang noch ein Erwachsener und zwei Kinder kostenlos mitfahren. Der beste Freund des Menschen darf beim Abo Plus sogar immer mitkommen. Aber auch auf das Alter kommt es an. Kinder bis zur Einschulung fahren in Begleitung eines Erwachsenen immer kostenfrei und bis zum 15. Geburtstag zum ermäßigten Preis. Für den Weg zur Schule oder Ausbildung gibt's außerdem das günstige Schüler-Azubi-Abo. Aber auch im Alter kann man sparen mit dem Abo Mobil 65. Das gilt sogar für das gesamte Verbundgebiet von Gera bis ins Gotar Hinterland. Dabei können stets bis zu zwei Kinder kostenlos mitfahren und auch der Vierbeiner muss nicht zu Hause bleiben. Für den Partner gibt's die Partnerkarte zum halben Preis. Nie war Reisen in Thüringen günstiger. Richtig viel Geld können auch Pendler sparen mit dem Job-Ticket. Schon ab 10 Nutzern kann ein Unternehmen zum Job-Ticket-Partner werden. Dann sind bis zu 10% Rabatt gegenüber dem Abo möglich. Alle Angebote gibt es sowohl für die Tarifzone Jena, die anderen City- und City-Regiozonen oder den gesamten Verkehrsverbund. Ob spontan oder Vielfahrer, ob Stadtfahrer oder Verbundraumpendler, ob Schüler oder Rentner, ob allein oder in der Gruppe. Beim Jenaer Nahverkehr gibt's für jeden die passenden Tickets und Tarife. Jenaer Nahverkehr. Wir machen Jenaer Mobil.